Tipp Nummer 4, um Dein Selbstbewusstsein zu stärken. Vertraue keinen Tipps. Guten Tag, mein Name ist Matthias Schwimm und ich bin Selbstbewusstseinstrainer. Bekanntlich sind Menschen Individuen und das bedeutet, dass das, was bei dem einen funktioniert, bei dem anderen längst nicht funktionieren muss. Und das wirft die Frage auf, wie Du für Dich herausfinden kannst, welche Tipps, welche Techniken für Dich Sinn machen. Meine Empfehlung lautet, probiere es einfach aus. Wenn Du dabei feststellen solltest, dass etwas überhaupt gar nicht funktioniert oder für Dich überhaupt gar nicht passt und oder es leicht ist zu leicht, dann bist Du wahrscheinlich auf der falschen Spur. Wenn Du spürst, dass sich etwas bei Dir tut, dass das, was Du tust, eine Herausforderung darstellt und wenn Du es eine Weile getan hast, dass es Dir dann tendenziell besser geht, dass die Fähigkeit, die Du gerade am Trainieren bist, besser funktioniert, dann hast Du die Messlatte genau auf die richtige Höhe gelegt und dann mach damit weiter. Denke also dran, vertraue keinen Tipps, auch diesem nicht. Du kannst mir vertrauen. Mein Name ist Matthias Speem. Wenn Dir dieses Video gefallen hat, klick bitte auf Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal, damit Du kein Video verpasst. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.